Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Dialog. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute so ein bisschen der Zug in die Zukunft, wenn man das so nennen möchte. Es ist quasi der Einstieg zum Umstieg. Das ist das, was oben drüber steht. Aber es geht nicht darum, einzusteigen und von A nach B zu kommen, sondern zu schauen, welche Karrieremöglichkeiten gibt es bei den Bahnen in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen dazu. Es wird sich alles heute darum drehen. Mein Name ist Kathrin Vogel. Der ein oder andere kennt mich aus dem Fernsehen. Und ich freue mich sehr, gleich mit zwei Menschen hier zu sprechen, die viel, viel mehr Ahnung von dem haben, worum es geht, die genau wissen, wie der Einstieg funktioniert, wie der Umstieg funktioniert. Und über das wollen wir die nächste halbe Stunde mindestens reden. Ihr könnt konkrete Fragen stellen. Das ist ganz wichtig. Also nicht scheuen. Schreibt sie unten drunter. Egal welche Frage das was bedrückt, wo man sagt, soll ich mich das trauen? Welche Voraussetzungen gibt es? All das könnt ihr einfach unten drunter schreiben. Oder aber bei Twitter natürlich in den Thread einfach reinschreiben. Der Twitter-Kanal ist Fokus Bahn. Und ihr findet all das auch auf bahn.nrw.dialog. Da, wo ihr uns also gerade vielleicht schaut. Und wichtig, im Anschluss an diesen Talk, an diesen Live-Dialog, den wir hier machen, werden wir uns nochmal, ich nenne es so ein bisschen im kleinen Rahmen, via Teams treffen. Das funktioniert ganz easy. Hier unten drunter steht ein Link, auf den ihr klickt. Und dann könnt ihr nachher mit unserem Logführer und der Personalerin auch nochmal ganz genau ein paar Fragen stellen im kleinen Rahmen. Direkt das dann nach dem Live-Dialog. So, jetzt geht es erstmal darum, dass ich jede Menge Fragen an die beiden habe, die ich hoffentlich für euch beantworten kann. Also stellt sie gerne drunter, weil ich sehe die hier jederzeit auf dem iPad und kann dann gucken, welche Fragen euch zu dem Thema beschäftigen. Und ich freue mich jetzt sehr. Aaron Zalten ist bei mir, Logführer bei der Regiobahn. Herzlich willkommen. Und Sabine Maywald, du leitest die Abteilung Personal und Ausbildung der Ratgruppe. Danke, dass ihr zwei euch Zeit genommen habt. Wir sind alle getestet und können mal wieder so schön miteinander direkt sprechen und reden. Das ist einfach ein bisschen einfacher so. Aaron, du bist, habe ich gelernt, seit November 2020 frischer Logführer. Herzlichen Glückwunsch. Was begeistert dich? Du hast ja wirklich frische Eindrücke. Was begeistert dich gerade am meisten an dem Job schon? Ja, also ich finde es halt sehr angenehm, dass man auch vorne im Führerraum seine eigene Ruhe hat. Also ich bin halt gelernter Wecker und ja, da hat man auch sehr viel im Team gearbeitet. Und ja, man setzt jemanden auch mit Kollegen auseinander. Und da gab es auch manchmal negative Seiten, muss man ehrlich sagen. Aber als Lokführer ist man doch öfters auch alleine vorne. Da kann man einfach die Ruhe und vor allem die Aussicht genießen, was doch nicht normal ist wie bei anderen Jobs. Und das ist schon sehr reizend, diesen Job auszuüben. Da kriegt man auch alle vier Jahreszeiten mit. Ja, wir haben eine wunderschöne Strecke, wo wir dann durchs Neandertal fahren. Das ist halt ein schönes Naturschutzgebiet. Und das ist einfach fantastisch, wenn im Herbst die Bäume bunt sind, im Winter der Schnee liegt. Ja, das macht schon sehr viel Spaß auf jeden Fall. Das finde ich total spannend. Die letzte Lokführerin hat das auch gesagt. Und das ist etwas, auf das ich nie gekommen wäre, dass ja auch der Blick da vorne ein anderer ist, als wenn man jetzt drin sitzt und da so mitgeht. Sabine, ist das was, was du auch erlebst? Oder was erlebst du, wenn die meisten sagen, okay, ich mache das jetzt? Was begeistert die? Tatsächlich die Landschaft, die Vielseitigkeit, dann auch so ein tonnenschweres Gerät tatsächlich zu fahren oder zu führen. Ich glaube, was auch viele fasziniert, ist dann die ganze Technik dahinter. Aaron hat gerade gesagt, im Winter und im Herbst ist es schön zu fahren. Das birgt aber auch gewisse Gefahren, wenn man schnell bremsen muss oder überhaupt bremsen muss. Bei Metall auf Metall ist das immer so eine Sache. Also so, was dahinter steckt, was man in der Ausbildung auch lernt, das ist, glaube ich, dann eher das, was wirklich spannend ist. Und das dann auch zu verknüpfen und umzusetzen, das ist dann schon faszinierend für viele. Nicht für alle, aber für viele. Jetzt ist vielleicht eine Umschulung auch zur Lokführerin oder Lokführer ja auch ein großes Thema nach irgendwie anderthalb Jahren Krise, die wir ja auch in Deutschland haben, die wir weltweit haben mit der Corona-Pandemie. Viele Menschen haben das Gefühl, es fehlt Sicherheit. Es gibt die Eventbranche, die es hart getroffen hat. Im Einzelhandel hat man es gemerkt. Du hast ja in der Krise quasi den neuen Job angefangen. Wie hast du das empfunden? Also es war am Anfang schon ungewohnt, weil die Züge auch alles leer waren. Aber für mich selber als Arbeitnehmer habe ich mich sicher gefühlt. Ich bin immer gefahren, habe immer Aufgaben gehabt. Mein Geld kann immer zuverlässig auf mein Konto. Und ich selber von der Krise habe selber nichts mitbekommen, nur habe gemerkt, dass die Züge zwar leer sind, aber ansonsten habe ich mich echt sicher gefühlt, was meinen Job angeht. Ja, definitiv. Ja, das ist wichtig zu sagen. Die Fahrgastzahlen sind ja temporär zurückgegangen, Sabine, weil wir eben alle zu Hause geblieben sind. Aber ihr stellt bei den Bahnen weiter ein. Das heißt, es ist ein krisensicherer Job? Ja. Also was Fakt ist, Personengüter müssen immer transportiert werden, egal wohin. Was auch in der Krise wichtig war, dass wir alle gefahren sind, um die systemrelevanten Mitarbeiter zu ihren Arbeitsstätten zu bringen. Sei es Krankenhaus, Feuerwehr, Polizei, wer alles dazu gehört. Die fahren ja nicht alle mit dem Pkw, sondern mussten quasi durch uns transportiert werden, was wir natürlich auch sehr gern getan haben. Ja. Merkst du, dass Menschen auch jetzt momentan überlegen, zu einer der Bahnen zu wechseln aus diesem Grund, also aus diesem wirklich exakten Sicherheitsgrund? Gott sei Dank, ja. Ja. Wir haben auch tatsächlich alle Berufsgruppen, also vom Lehrer über Arzthelfer, über Bäcker, Fleischer, bunt gemischt. Es gibt auch von einem namhaften Reifenhersteller Personal, was sich jetzt schon zeitnah bewirbt, weil es da ein bisschen in die Krise geht, sodass wir tatsächlich aus jeder Berufsgruppe sehr gern neue Mitarbeiter rekrutieren. Okay. Wem das übrigens hier alles irgendwie zu schnell gehen sollte? Wir haben quasi einen Bahnhof an Informationen auf bahn.nrw auch für alles nochmal zusammengestellt. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, diese Krise, diese finanzielle Sicherheit. Du hast das ja auch gemerkt, dass das Geld immer auf dein Konto kam. War das denn auch ein Grund, dass du dich dafür entschieden hast? Naja, ich fand den, ich finde allgemein das Thema Bahn schon sehr interessant, bevor ich mich überhaupt beworben habe. Und erst in der Ausbildung habe ich gemerkt, jo, das passt auf jeden Fall zu mir. Also ich bin quasi schon von Anfang an mit Begeisterung an die Sache rangegangen. Und das hat sich dann letztendlich danach, als ich dann fertig war, auch nochmal bestätigt. Und ich bereue es eigentlich nur, dass ich es nicht schon eher gemacht habe. Ja, ist einfach so. Und ich bin wunschlussglücklich, was das angeht. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen genauer einen Überblick geben, Sabine, durch Tarifverträge und Gewerkschaften. Was ist da wichtig vielleicht zu wissen für die Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja, auf jeden Fall, dass das Geld immer gesichert kommt, dass es feste Rahmenbedingungen gibt, was Zuschläge anbelangt, was die Entgeltgruppen nach der Ausbildung anbelangt. Tarifverhandlungen sind fast jährlich immer neu, sodass es immer zugunsten der Arbeitnehmer natürlich auch mehr Geld wird, sodass die tolle Leistung auch belohnt wird. Sei es am Wochenende, am Tag, in der Nacht, wann auch immer gefahren wird. Das wird natürlich auch dementsprechend pünktlich vergütet. Jetzt reden wir in diesen Zeiten nicht nur über Corona, sondern wir reden auch viel über Klimaschutz. Da geht es ja dann auch eher darum, dass die Bahn eher ausbaut, als irgendwie Netze zurückbaut. Wie sehr ist das für dich ein Job der Zukunft dadurch auch? Durchaus sehr. Ich meine, der Wandel ist nun mal da mittlerweile in der Umweltbranche oder in der Mobilität. Wir haben viele E-Fahrzeuge bereits. Die ersten Wasserstoffzüge sind in Planung. Also auch wir machen da natürlich sehr gern mit, um die Umwelt da auch zu unterstützen. Natürlich wird man nicht ganz auf Dieselzüge verzichten können, aber die Tendenz geht auf jeden Fall eindeutig dahin. Wie war denn der Zusammenhalt in der Krise? Es geht ja auch so ein bisschen darum, dass wir heute irgendwie fragen wollen, wie ist dieses Team? Wie fühlt man sich bei den Bahnen? Wie hast du das erlebt? Ja, ich kann sagen, zu meinem EVU, also meinem Eisenbahnverkehrsunternehmen, dass wir relativ klein sind. Wir sind gerade im Wachsen aber auch, muss ich ehrlich dazu sagen. Und der Zusammenhalt ist richtig groß, muss man sagen. Also das merkt man daran schon, wenn man mal irgendwie nicht kann, weil man sich gerade krank fühlt, dann fragt man halt seinen Kollegen, könntest du mal vielleicht einspringen? Und dann passiert das in der Regel auch. Das habe ich auch selber schon oft genug gemacht. Und das hat immer so ein Geben und Nehmen. Und das macht halt sehr Spaß. Also auch Freude daran, dass man das miterlebt. Das motiviert schon. Ist das auch bei den großen Unternehmen so? Man könnte ja denken, also je größer, dann bin ich dann irgendwie eine Nummer und da läuft das einfach nur. Ja. Also wir sind ja tatsächlich ein Familienunternehmen vom Ursprung her und das merkt man auch. Also trotz der knapp 1000 Mitarbeiter, die wir haben, ist trotzdem jeder namentlich bekannt, auch bei der Geschäftsführung. Die Türen sind auch immer offen, egal ob es bei mir, bei der Geschäftsführung, bei den Bereichsleitern. Das heißt, wir sind immer alle ansprechbar. Die Kollegen unterstützen sich gegenseitig. Die Vorgesetzten helfen, wenn Not am Mann ist. Die springen mit ein. Also das ist schon sehr, sehr kollegial und sehr, sehr teamlastig. Das ist auch dein Eindruck, weil Lokführerinnen und Lokführer werden ja jetzt gesucht. Wir machen das ja heute hier deswegen. Also ich habe ja am Anfang gesagt, man hat seine Ruhe, aber es gibt halt schon Situationen, da muss man sich auch seine Leute auf jeden Fall auch verlassen. Und das ist auf jeden Fall gegeben. Also bis jetzt habe ich da echt nichts Negatives erlebt, ehrlich gesagt. Jetzt kommen schon Fragen, die ihr die ganze Zeit stellen könnt. Und die drehen sich alle so ein bisschen auch um, ich finde, die beste Frage für mich heute, die würde mich nämlich auch beschäftigen, muss ich gut rechnen können? Klären wir gleich alles. Sabine, wir haben schon ein bisschen über den Beruf gesprochen. Lass uns kurz auf die Voraussetzungen gucken. Wir haben eine Grafik vorbereitet. Da kann man so ein bisschen sehen, wie der Weg ist, den man eigentlich zur Ausbildung hat. Die Voraussetzungen würden wir jetzt mal einblenden. Also zum Thema genau. Vielleicht magst du das mit uns durchgehen? Ja, sehr gern. Grundvoraussetzung ist tatsächlich eine abgeschlossene Schulausbildung oder Berufsausbildung. Das ist fast egal. Gute Kenntnis der deutschen Sprache, Minimum B2. Also wir haben viele Mitarbeiter oder Bewerber, die Migrationshintergrund haben. Sprachniveau B1 wäre dann ein bisschen schwer in der Ausbildung. Deswegen ist B2 tatsächlich von Vorteil. Mindestalter von 20 Jahren bei der Abschlussprüfung. Das ist tatsächlich ganz wichtig, weil sie vorher den Triebfahrzeugwagen nicht fahren dürfen. Kfz-Führerschein ist auch eine Voraussetzung, weil sie einfach zu verschiedenen Einsatzorten auch müssen, egal bei welchem EVU sie arbeiten oder müssen diesen dann eben auch zeitnah erwerben während der Ausbildung. Gerade ich persönlich davon ab, weil das einfach dann zu viel Input wird. Bereitschaft zum Schichtdienst ist klar. Die Züge fahren 365 Tage im Jahr. Also auch am Wochenende, auch an Feiertagen, auch zum Männertag, wenn die Kumpels feiern gehen, muss Aaron die wahrscheinlich nach Hause fahren. Verantwortungsbewusstsein ist ganz wichtig. Ich meine, wir transportieren wertvolle Fracht, wir transportieren Menschen. Das heißt, man sollte da schon sehr, sehr verantwortungsbewusst sein. Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft ist auch logisch. Wir haben alle das Bestreben, unsere Fahrgäste pünktlich von A nach B zu bringen. Das heißt, das ist eine große Voraussetzung für unsere Kandidaten. Ist aber, glaube ich, was, was fast jedes Unternehmen eigentlich sagen würde. Wir wollen gerne zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn wir das gerade nochmal durchgehen, was heißt Schulausbildung da konkret? Also uns reicht Sekundarschule Sekundarstufe 1 als Abschluss. Präferiert natürlich auch einen Berufsausbildungsabschluss. Das muss aber nicht sein. Wir haben, wenn ich kurz noch unterbrechen darf, aufgrund der Migranten, die wir natürlich auch gern ins Unternehmen holen, ist tatsächlich noch zwingend notwendig, dass das Schulzeugnis oder Berufsausbildungszeugnis in Deutschland anerkannt ist. Das ist tatsächlich ganz wichtig, dass es nicht nur übersetzt und beglaubigt ist, sondern wirklich gleichgestellt mit einem Abschluss in Deutschland. Okay, ist aber überhaupt kein Hindernisgrund. Nein. Dann habe ich mich gefragt, aber es ist schon geklärt, weil du hast eine Brille. Brille ist kein Problem. Das geht auf jeden Fall. Wie genau die Sehstärke jetzt sein muss, weiß ich gerade nicht. Also für die Brille. Ich habe jetzt Beispielweise, ich habe jetzt hier minus 5 auf meinem Auge und minus 1,5. Aber man macht ja auch beim Betriebsarzt noch einen Sehtest und Hörtest, Sehtest, alles. Und ja, das ist auf jeden Fall machbar, mit einer Brille auch zu arbeiten, definitiv. Okay. Dann hattest du gerade angesprochen, Mindestalter war 20 bei Abschluss der Prüfung. Wir haben aber auch viele Fragen in die andere Richtung. Das finde ich ganz spannend. Also zum Beispiel Werner fragt, macht es denn eigentlich Sinn, sich mit 59 noch zu werben, wenn man sagt, man ist körperlich und geistig topfit. Wo ist da so vom Alter her, wo du sagst, fürs Bewerbungsverfahren kann man machen? Also bei uns gibt es tatsächlich keine Grenze. Solange die Tauglichkeit durch die Ärzte dann auch belegt wird, ist uns das tatsächlich herzlich willkommen. Wir haben Fahrer, die sind 64. Wir haben auch welche, die älter sind, die quasi nebenbei noch fahren. Also wir sind da total offen. Okay. Haben wir auch die Frage von Michael Tenissen beantwortet. Der fragt da auch via Twitter, zu welchem Alter man sich umschulen kann. Ich würde aber trotzdem die Frage einmal vorstellen. Muss ich gut rechnen können? Ich finde, das ist die beste Frage, weil ich hätte mich das auch gefragt. Du hast ja die Ausbildung gemacht. Muss man gut rechnen können? Im Grunde eigentlich nicht, weil man muss nicht viel rechnen. Es gibt einen sogenannten Bremssettel, da müsste man die Bremshundertstelle ausrechnen. Ist aber auch keine Kunst, weil diese Formel steht quasi auch auf dem Bremssettel schon drauf. Aber in der Regel sind da Dauerbremssettel schon ausgelegt auf den Fahrzeugen. Da fällt das alles komplett weg. Dann fragt Stefan Bartek, ich glaube, es geht in deine Richtung, Sabine. Wann und wo kann ich mich eigentlich zum Eignungstest anmelden? Und muss das vor dem Vorstellungsgespräch passieren? Also wir machen tatsächlich vor dem Vorstellungsgespräch so einen kleinen Eignungstest, um einfach so ein bisschen technisches Verständnis abzufragen, logisches Denken. Und nach dem Vorstellungstest schicken wir dann quasi unsere Kandidaten zum Betriebsarzt und zum Psychologen. Und der macht dann nochmal separate Tests, um eben die Tauglichkeit tatsächlich festzulegen. Da geht es dann tatsächlich um, wie Aaron schon gesagt hat, Blutwerte, Sehtest, Hörtest, Reaktionsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit. Das übernehmen dann tatsächlich Mediziner, damit wir da auch auf der sicheren Seite sind. Was ich noch einen guten Aspekt finde, ist Schichtdienst. Also als Journalistin arbeite ich ja auch mal am Wochenende. Dafür habe ich dann aber Montag, Dienstag auch gerne mal frei. Jetzt bist du hardcore als Bäcker. Also das ist ja wirklich, du bist das ganz harte Geschäft gewohnt. Aber wie guckst du da drauf? Also einfach, weil dieser Job, der körperlich ja nicht viel abverlangt, muss man ja auch dazu sagen, ist man schon, klar, es geht schon ein bisschen in die Substanz, wenn man halt viele Nachtstunden macht. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall aushaltbar. Es gibt definitiv schlimmere Jobs. Und man hat auch genug Ruhrtage und Zeiten, wo man sich auch mal entspannen kann. Aber es wechselt ja auch. Also Schichtdienst bedeutet ja, du hast ja nicht, weil du gerade von den Nachtschichten sprichst. Genau. Aber man gewöhnt sich auch dran. Also wir sind ja auch alles Gewöhnheitstiere, sage ich mal so. Und das funktioniert. Also ich persönlich habe keine Probleme damit. Und ja, man sollte da nicht die Scheu davor haben. Ja, ich denke schon, dass das auf jeden Fall doch machbar ist. Okay. Dann hatte man das Gefühl, dass bei manchen Zuschauerinnen und Zuschauern die Frage ist, irgendwie gerade beim Thema Technik, dass Frauen sich so ein bisschen scheuen. Ich finde, das muss man mal aktiv ansprechen. Ist ja auch so ein Klischee, das da irgendwie mitschwingt. Ist das so? Kannst du da was zu sagen? Jein. Also natürlich wird ein gewisses technisches Verständnis vorausgesetzt. Das bringen aber größtenteils eigentlich alle Kandidaten mit. Und das, was man nicht weiß, wird einem beigebracht im Rahmen der theoretischen und praktischen Ausbildung. In der Praxis dann noch mehr, was direkt auch am Fahrzeug teilweise dann gezeigt wird. Also wir sind da tatsächlich offen und nehmen gern Bewerbung an, auch wenn da jetzt keine technische Ausbildung im Hintergrund steht, sondern einfach nur eine gewisse Affinität. Nee, aber was ich meinte, ist so die Sorge gerade von Frauen irgendwie. Das ist eine große Lok. Ich meine, du schüppst ja heute keine Kohlen mehr. Also es gibt da in irgendeiner Form keine Beschränkung im Körperlichen oder sonst wie. Du hast genauso viele Lokführer-Kolleginnen. Also bei uns haben auf jeden Fall auch einige Frauen und es werden tatsächlich auch immer mehr Frauen. Und die fahren genauso gut wie die Männer. Also da gibt es keine Unterschiede. Also es können auch gerne Frauen machen. Ich glaube, wer jetzt so ein bisschen neugierig geworden ist und Lust hat zu gucken, wie das konkret läuft, weil hier kommen so die ersten Fragen, wie was irgendwie abläuft. Aaron, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das bei dir war? Also du hast dich beworben, also es ist so ein bisschen Einblick. Ja, also ich hatte mich halt zuvor beworben bei meinem EVU und habe dann halt anschließend ein Einstellungsgespräch bekommen. Das war auch eine sehr offene und lockere Runde. Das habe ich halt geführt mit meiner Personalerin und dem EBL, dem Eisenbahnbetriebsleiter. Und da werden halt die üblichen Fragen gestellt, die in einem Vorstellungsgespräch halt vorkommen. Und anschließend kriegt man da so einen kleinen Test, wo dann halt so logisches Denken, Aufgaben unter Stress, dass man halt da so ein bisschen guckt, wie fällt sich die Person. Ja, und dann, wenn man das halt alles geschafft hat, dann muss man noch zum Betriebsarzt gehen. Da wird man dann halt noch abgeschickt. Okay, gut. Also das ist so die Abfolge der Prüfung, weil Ömer fragt auch in diese Richtung, welche Prüfungen kommen vor. Hast du da so ein paar Tipps, Sabine, so fürs Bewerbungsgespräch? Das ist ja so oft der erste, ich muss jetzt da hin. Also das Schreiben ist ja das eine, das Schreiben einer Bewerbung. Aber der erste Schritt ist ja doch oft das Gespräch. Also wir sind schon darauf bedacht, den Menschen kennenzulernen. Und jetzt nicht unbedingt so, es muss kein steifes Vorstellungsgespräch werden. Das sind nicht wir. Und ich glaube, alle EVUs sind tatsächlich sehr locker. Eine ganz lockere Vorstellungsrunde, Vorstellen des Unternehmens, Einblicke in die Ausbildung gewähren. Dann vielleicht ein bisschen das Interesse darlegen, warum man als Lokführer oder Lokführerin arbeiten möchte, beziehungsweise die Ausbildung machen möchte. Aber wir sind da kein steifer Verein, wo man sich da groß Sorgen machen muss. Okay, das ist soweit der Anfang, wie man irgendwie einsteigt. Und um die Karriere auf der Schiene zu starten, haben wir für euch noch eine Grafik vorbereitet. Da könnt ihr ganz gut sehen, das nennt sich nämlich Jobkarte, wo man einfach mal nachgucken kann, was für Jobs es einfach gibt. Und da könnt ihr einfach auf bahn.nrw.jobkarte gucken. Und da ist eine Frau Tönnemann, die soll auch sehr, sehr nett sein und freut sich über jede Mail, die da kommt. Also wenn ihr einfach da mal reingucken wollt, hier findet ihr jegliche Infos dazu und wie man sich genau bewerben muss und die Kontaktdaten. So, und dann gucken wir doch mal, würde ich sagen, einfach mal komplett auf diese Umschulung, was einen da wirklich erwartet, wenn man sagt, hey, ich bin jetzt, ich sage mal eine Zahl, 42, ich mache das noch. Was würde mich da erwarten? Und dazu haben wir auch eine Grafik vorbereitet, die wir vielleicht ein bisschen mit euch so durchgehen können. Sabine, wenn du jetzt hier guckst, also da steht das große Wort, über das wir reden, Umschulung. So ein bisschen die zwei Stränge. Erklär doch mal, wie das läuft. Ich würde gerne vorab noch kurz was ergänzen. Aaron hatte ja auch von der betriebsärztlichen Untersuchung gesprochen. Was tatsächlich auch wichtig ist, wir brauchen immer den Punktestand. Der sollte nie mehr als drei Punkte betragen und auch ein Führungszeugnis. Also das ist auch eine Voraussetzung, um die Ausbildung beginnen zu können. Jetzt, wenn man diesen Test gemacht hat? Genau. Okay, gut. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, was da die 1 plus und super fit ist. Ja, aber genau. So, zur Ausbildung, Umschulung. Wir bieten die Umschulung meistens in der Dauer sieben bis elf Monate an. Das variiert immer ein bisschen. Jetzt auch durch Corona konnte es ja mal ein bisschen länger gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war. Ist aufgegliedert in den theoretischen Teil und in einem praktischen Teil. Wie bei einer klassischen Schulausbildung ist der Lehrplan gegliedert in eine zeitlich-sachliche Gliederung, die dem Fahrschüler oder dem Umschüler auch ausgehändigt wird. Also wir gehen immer Stück für Stück Module durch, die auch aufeinander aufgebaut sind. Das heißt, es ist auch tatsächlich wichtig, dass man jedes Modul mitnimmt, um die Ausbildung auch wirklich mit Bravo zu bestehen. Nach jedem theoretischen Teil wird eine Lernerfolgskontrolle durchgeführt, um einfach zu sehen, wie stark ist die Klasse? Gibt es noch irgendwelche Unklarheiten? Hat jemand was nicht verstanden? Muss was wiederholt werden? Und es gibt natürlich auch schriftliche Prüfungen und theoretische Prüfungen, die auch wirklich in die Wertung eingehen. Die darf man auch dreimal absolvieren. Wenn man sie dann beim dritten Mal tatsächlich leider nicht bestanden hat, dann ist die Ausbildung leider beendet. Okay. Und wenn du das so ein bisschen jetzt mal, also das ist ja das eine, wenn man das jetzt so in der Grafik sieht und wenn man denkt, okay, das sah jetzt irgendwie noch so viel aus, irgendwie Prüfung und Fahrzeugausbildung. Wenn du mal so ein bisschen nochmal durchgehst, wie war das für dich? Also wir können ja gerne mal mit dem theoretischen Teil anfangen. Das war wahrscheinlich viel erstmal. Ja, auf jeden Fall. Also man muss natürlich am Anfang erstmal die ganzen Vorschriften kennenlernen und alles was zu Bremse, Bremsvorschriften. Dann gibt es halt noch andere Vorschriften allgemein, Betriebsdienst. Und das ist keine hochwissenschaftliche Kunst, das zu lernen. Es ist aber sehr viel Input, was man da bekommt. Und da sollte man schon motiviert sein und auch wirklich jeden Tag daran arbeiten. Weil es kann halt auch sein, wie schon gerade erwähnt, muss man da auch diese Prüfung absolvieren pro Modul. Da gibt es sogenannte BGs, also Betriebsgefahren. Und wenn man da halt mal was falsch schreibt, da kann man halt 99 Prozent richtig haben. Und dann ist man aber auch schon durch. Also man kriegt Definitionen, die sollte man auch wirklich schon auswendig lernen können und auch verstehen vor allem. Und dann ist das aber auf jeden Fall machbar. Also viel Ehrgeiz, viel Disziplin, dann schafft man das. Ist das zu indiskret, wenn ich dich frage, oder ich frage für dein Team, mit dem du das so damals gemacht hast. Haben denn da viele diese drei Male gebraucht? Es kommt öfters vor, dass halt mal einer durchfährt. Aber man sollte da sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist ja schon recht normal, sagen wir es mal. Aber man schafft es. Also es ist machbar, definitiv. Und danach den praktischen Teil? Ist das so, dass man sagt, ah ja, jetzt endlich irgendwie auch mal in die Praxis? Oder wie war das? Also wenn man dann mit die Theorie hinter sich hat, wird man ja in die Praxis entlassen. Und da ist man auf jeden Fall sehr stolz auf sich dann, dass man das hinter sich hat, weil das schon ein Knüppel ist, was man da geschafft hat. Ja, und dann spielt dieser W-Favorit ein. Dann schafft man, wenn man die Theorie geschafft hat, schafft man auch die Praxis definitiv. Keine Frage. Und ich stelle mir das so vor, dass am Anfang irgendwie, das hatten wir noch den Punkt Fahrtraining, dass du nicht alleine schon durch Nordrhein-Westfalen und die Welt gefahren bist, sondern dass jemand dabei ist. Also du hast gesagt, du bist gerne alleine in deinem Führerhaus. Man bekommt auf jeden Fall auch den Einblick in der Ausbildung, auch schon im theoretischen Teil, dass man halt vorne im Führerraum mit einem ausgelennten Triebfahrzeugführer fahren kann. Und das hilft auch ungemein dabei, das Theoretische auch besser zu verstehen. Wenn man es einfach in der Praxis schon gesehen hat, kann ich nur jedem empfehlen, auch mal bei seinem EVO nachzufragen, ob man einfach mal vorne mitfahren darf. Das hilft einfach sehr. Ist das was, Sabine, was du merkst, dass die Leute schon sagen, boah, ich meine, Autofahren ist das eine, da bin ich aber ja nur für mich verantwortlich und das ist ja schon eine Nummer, wenn du weißt, du hast irgendwie richtig viele Personen im Zug, du bist eine ganz andere Verantwortung, dass die Leute da schon anders drauf gucken, auch mit Respekt. Ja, sollte man tatsächlich auch. Es ist wie gesagt ein tonnenschweres Fahrzeug, was auch viel Schaden anrichten könnte. Aber genau deswegen ist die Ausbildung auch so intensiv. Also auch gerade in der praktischen Phase ist ähnlich wie ein Pkw-Führerschein. Man fährt mit seinem Fahrlehrer zusammen, also nicht alleine. Man wird wirklich explizit in die Fahrzeuge eingearbeitet, je nach Baureihe. Man wird auf jeden Fall nicht alleine gelassen und man wird auch erst auf die Menschheit losgelassen, weil man wirklich bestanden hat und den Triebfahrzeugführerschein erworben hat. Okay. Du fährst jetzt seit November 20, ne? Also genau. Kannst du uns so ein bisschen nochmal einmal, wie ich mir das vorstelle, also nehmen wir mal nicht den ganz schlimmen Schichtdienst morgens um, wann wäre der ganz früh? Drei Uhr fünf hier. Um drei Uhr fünf. Das ist wie bei der Frühsendung beim Radio. Das kenne ich. Sagen wir mal so einen normalen Dienst irgendwie, den man vormittags anfängt. Wie sieht dein Tag aus? Wie fängst du an? Naja, man meldet sich als allererstes bei der Leitstelle, dass man halt seinen Dienst jetzt beginnt. Dann kriegt man Bescheid, wo sein Fahrzeug halt steht, welches Fahrzeug man überhaupt hat und dann macht man den sogenannten Aufrüstdienst am Fahrzeug. Dann macht man halt die Bremsprobe, kontrolliert, ob alle Außenklappen alle dran sind. Bei uns sind es halt Dieselfahrzeuge, dass man guckt, ob genug Diesel drin ist, der tankvoll ist. Ah, okay. Also alle sicherheitsrelevanten Punkte werden da abgearbeitet, dass das Fahrzeug quasi auch abfahrbereit ist für den Dienst. Und dann meldet man sich beim Fahrdienstleiter, meldet man sich dann abfahrbereit und dann startet man quasi in den Tag hinein. Okay. Und du fährst aber unterschiedliche Strecken. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie immer von montags bis freitags die gleiche Strecke fährst oder wie stelle ich mir das vor? Also bei uns am EVU haben wir halt leider nur eine Strecke zur Auswahl. Aber es wird auf jeden Fall auch die Möglichkeit angeboten, dass wir mal andere Strecken fahren können. Letztens durfte ich halt mal von Bayern aus nach oben fahren, nach Mettmann. Und ja, also Abwechslung kommt da trotzdem rein. Also es ist nicht so, dass man da jetzt wirklich nur auf diese eine Strecke gebunden ist. Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Ja, also es ist schon abwechslungsreich. Also man kriegt da auf jeden Fall was geboten, definitiv. Sabine, wenn du so drauf guckst von dem, was er jetzt gerade erzählt hat, irgendwie diese Begeisterung und so, wird das unterschätzt, dass man irgendwie, ach das ist ja nur so ein Busfahren von A nach B. Also dass wirklich auch die abwechslungsreiche Art des Jobs unterschätzt wird? Nein, also ich glaube, was wichtig ist, weil Auchen gerade sagt, er fährt immer eine Strecke. Ich glaube, gerade wenn man frisch aus der Ausbildung kommt, ist das auch beruhigend, um einfach ein bisschen Sicherheit und Gefühl für den Beruf zu bekommen. Und wenn man dann tatsächlich sicher ist, dann kann man auch auf andere Strecken gehen. Was auch klar sein sollte, das ist eine Erwachsenenausbildung. Also das ist tatsächlich jetzt nicht wie in der klassischen Schulausbildung, ist jetzt da acht Stunden da, hören wir das an oder gehen die Praxis und dann ist das gut. Und damit ist es nicht getan. Also das ist wirklich viel, viel, was da dahinter steckt. Und ja. Ich fände nochmal wichtig, ich glaube so von dem, was an Fragen kam. Du hast vorher eine klassische Ausbildung als Bäcker gemacht. Ja, genau. Und hast im Grunde genommen dich ja jetzt wirklich für eine ganz andere Welt entschieden. Wie kam das? Ja, ich habe die Ausbildung als Bäcker gemacht. Und da ist man quasi auch die ganze Zeit in der Produktion tätig, immer im gleichen Gebäude. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, boah, bis zur Rente, immer das gleiche Gebäude, immer die gleichen Anlagen, ist auf Dauer für mich nichts. Und da ich mich für die Bahn schon immer so ein bisschen interessiert hatte und da es sich dann bei Bahn NRW angeboten hat oder angeboten wurde, einen Quereinstieg zu machen als Triebfahrzeugführer, habe ich die Chance halt genutzt. Und jetzt bin ich hier, wo ich bin. Und stehst hier und erzählst davon. Ja, genau. Sabine, vielleicht hast du das nochmal einmal abklärt. Das ist wirklich, also jetzt ob Bäcker, ob Erzieherin, ob irgendwas, ihr habt im Grunde genommen die Erfahrung gemacht, es ist egal von wo man kommt für die Unschulung. Man kann es schaffen und jeder ist auch herzlich willkommen. Ja, okay. Gut. Aaron, als Abschluss, kann man denn so ein bisschen sagen, es ist anspruchsvoll, aber es sollte einen nicht abschrecken? Es ist auf jeden Fall abschrecken, aber ja, man sollte halt nicht die Scheu haben, das zu probieren. Also man sollte einfach den Mut haben, das auszuprobieren. Und wenn man halt den nötigen Ärger zurückbringt, dann schafft man das auch. Und ich kann garantieren, dieser Job wird definitiv Spaß machen. Ja, ist einfach so. Am Anfang habe ich auch erst gedacht, ach, da ist nur noch Hebel da vorne drücken, das war es dann. Ist nicht, nein. Also da sind immer wieder Situationen, die dann irgendwo, ja, diesen Beruf so spannend machen, dass dann immer was anderes dabei ist. Und ich kann es einfach nur empfehlen, das zu machen, auszuprobieren und zu machen, ja. Man hat ein bisschen das Gefühl bei ihm, er ist auch so ein bisschen sein eigener Chef geworden, oder? Nein, das ist ja, ich finde das total faszinierend, wie man auf den Job drauf gucken kann. Wir haben hier noch eine konkrete Frage, die möchte ich nicht übergehen. Und zwar ein Herr oder Frau Müller fragt, gibt es die Möglichkeit eigentlich, dass der Arbeitgeber die Ausbildungskosten trägt? Vielleicht kannst du so zu dem Bereich nochmal ein bisschen was sagen. Also wir haben tatsächlich die Möglichkeit, ich kann jetzt nur für meinen EVU sprechen, natürlich gibt es einmal die Option über Bildungsgutschein durch die Agenturen für Arbeit, aber auch, dass das Unternehmen die Ausbildung finanziert. Das heißt, wir tragen dann die Ausbildungskosten, zahlen eine Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag und dann geht es nach der Ausbildung weiter mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Okay, jetzt sind wir ja so ein Ritt durch den Einstieg zum Umstieg gegangen mit euch zusammen. Gibt es was, wo ihr sagt, das haben wir vergessen, das ist noch total wichtig oder das würdest du mitgeben? Also wenn du dir vorstellst, du stehst vor ein paar Leuten und musst irgendwie nochmal sagen, warum kann man das machen, sollte man das machen? Also wer sehr gerne sein eigener Herr ist und irgendwo die Verantwortung tragen möchte, für andere Fahrgäste, wie jetzt im Personenverkehr, kann ich nur empfehlen, macht es. Ihr werdet auf jeden Fall glücklich mit dem Job. Teamfähig sollte man trotzdem sein. Man hat ja auch Kollegen mit an Burt, da ist der Kundenbetreuer oder andere Berufsgruppen. Das auf jeden Fall. Aber ja, ich kann es auch nur jedem empfehlen, weil ich bin der Meinung, einen krisensicheren Job gibt es fast nicht. Was ja in diesen Zeiten eine Aussage ist. Gut, danke euch beiden bis hierhin. Das nehmen wir mit. Und wenn ihr nochmal Infos zur Bewerbung generell braucht, die findet ihr alle natürlich im Netz. Bahn.nrw.de ist da der Hinweis. Und nochmal der Hinweis auf die Jobkarte. Vielleicht können wir die auch gleich nochmal zeigen. Auch da gibt es wirklich alle aktuellen Stellen zur Umschulung in Nordrhein-Westfalen. Auf einen Blick zu sehen. Genau, da ist es www.bahnen.nrw.de ist da dann der Weg dahin. Und wenn das alles zu schnell war, dann habt ihr natürlich die Chance, auch nachher nochmal im Netz auf bahnen.nrw.de nachzugucken. Da kann man alles hier in Ruhe, die Begeisterung von Aaron und die Tipps von Sabine, in Ruhe nochmal durchklicken und anschauen. Und wir sagen ja nicht so richtig Tschüss jetzt hier an dieser Stelle, weil es geht gleich weiter. Wir wechseln nur quasi den Ort und sind etwas kleiner und privater unterwegs, so würde ich es sagen. Es gibt den Teams-Link, den ihr ja hier unten findet. Und da bleiben wir drei drin. Und manchmal hat man ja Fragen, die man vielleicht nicht so in einem Satz irgendwie online bei Twitter oder hier drunter tippen kann. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, da irgendwie nochmal mit euch beiden zu sprechen. Ihr bleibt bei mir und wir gucken mal, wer kommt. Einfach auf den Teams-Link klicken. Das geht ganz einfach. Dafür muss man keine App runtergeladen haben oder ein Programm. Das kann man einfach darüber machen. Und bei Twitter findet ihr den Link übrigens in den Kommentaren. Also falls ihr da gerade unterwegs seid. Wir sagen also nicht Tschüss, sondern nur bis gleich vielleicht in der Fragerunde. Euch aber auf jeden Fall hier schon mal vielen Dank. Und ihr bleibt hier. Und wir sehen uns hoffentlich dann jetzt im anderen Klick. Also wir sind hier. Bis gleich vielleicht. Bis gleich. 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 Bis gleich.